Musik Herzlich Willkommen bei Mika Karawan in Dingesbühl. Ja, über den Titel des Videos habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich ihn unglaublich oder mir reicht es oder ja, keine Ahnung wie nennen, aber ich glaube mir reicht es, trifft es eigentlich ja schon mit am ehesten. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Anfragen und ich möchte einfach ein bisschen darauf eingehen und ich zeige euch dann auch mal noch dazu ein paar andere kleine Beispiele. Aber ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, über Kunden spezifisch, die hier einfach mal so vorbeikommen, was auch wirklich toll ist. Und wir fühlen uns da auch wirklich, wirklich, ich will nicht sagen geehrt, aber es ist natürlich normal, dass man mal den Versuch stattet und die halt dann einfach mal so, weil sie auf der Durchreise sind, vorbeikommen und sagen, Hey, schön, ich bin da und ich habe folgendes Problem. Jüngst erst, ich habe ein Problem mit meiner Starterbatterie, die wird immer wieder leer. Wo wir dann sagen, ja, es ist schön, aber ich kann dir jetzt aktuell nicht helfen, weil erstens Starterbatterie ist Kfz-Thema, nicht Wohnmobilaufbau-Thema. Und selbst wenn es zusammenhängen würde, ich bräuchte ja einen gewissen Zeitrahmen, um den Fehler zu analysieren, um das Auto erst einmal grob aufzumachen. Wo muss ich gucken, zu analysieren, Fehler zu suchen, dann wahrscheinlich ja auch Fehler beheben, weil der Kunde möchte ja auch dann, dass man den Fehler behebt. Und das alles so nebenbei einfach mal auf der Durchreise. Leute, ich weiß nicht, was ihr versteht oder wie ihr versteht, wie eine Firma funktioniert. Mir wird dann auch vorkalken, ja, wir würden ja hier nur verkaufsorientiert denken und so weiter. Verflixt, ja, natürlich denke ich verkaufsorientiert. Wir sind ein Unternehmen. Ich habe hier hinter mir eine Firma stehen, die Halle kostet Geld. Da drin in der Firma arbeiten jetzt mittlerweile zwölf Mitarbeiter. Die kriegen Löhne. Also ich weiß nicht, was da so verwerflich ist, dass ich verkaufsorientiert denke. Also mir das vorzuwerfen, finde ich schon echt extrem hardcore, weil ich mir denke, verflucht, ja, wir sind eine Firma. Ich muss verkaufsorientiert denken, weil wenn ich das nicht tun würde, kann ich da hinter mir zusperren. Dann bin ich tot, dann bin ich pleite. Wir sind kein Dienstleister, der alles schön für gut will und umsonst macht. Eben Entschuldigung. Wir geben unser Wissen. Wir geben unser Know-how. Wir geben unser Können. Und natürlich kostet das Geld. Und wenn Menschen so auf der Durchreise sind, ich habe Kunden, die warten bis zu acht, zwölf Wochen, teilweise noch länger, damit wir den Umbau machen dürfen bei dem Fahrzeug. Und dann kann ich nicht einfach sagen, der, der hier vorbeikommt, den können wir mal reinschieben. Wir haben Fachkräftemangel. Auch wir haben Probleme, Leute zu kriegen. Aber jetzt habe ich schon sieben Monteure in der Werkstatt. Doch die sind ausgelastet. Ich weiß nicht, kann man heute einfach zu BMW oder Mercedes oder zu Audi oder VW fahren und kann mit seinem Auto da hingehen und sagen zu Werkstatt, da klappert es, kannst mal gucken. Ich glaube nicht. Dann sagt er, ja, pass auf, ich gebe dir einen Termin, kommst am so und sovielten, um so und soviel Uhr, stellst mir ein Auto her, dann prüfen wir das. Und nichts anderes, nicht anders funktioniert es. Und wenn ich heute zum Arzt gehe, gehe ich auch nicht einfach willkürlich zum Zahnarzt und sage, du, ich habe Zahnweh, ich wäre jetzt gerade da, kannst mal gucken. Sondern dann ruft man an und macht einen Termin. Und wenn ich schon weiß, dass ich ein Problem mit meinem Fahrzeug habe, ja, Leute, dann nehmt bitte das Telefon und ruft an und macht einen Termin. Wir können nicht mehr einfach so auf Durchreise Kunden glücklich machen. Wir versuchen ja wirklich alles. Und ich meine, wenn welche im Urlaub auf der Durchreise sind und haben einen Notfall, weil Wasserschlauch geplatzt, weil keine Ahnung was. Ja, natürlich helfen wir dann da. Aber ich helfe bestimmt nicht, wenn die Satzschüssel nicht mehr ausfährt, weil nicht zwingend notwendig. Also das ist kein Notfall. Notfälle werden bearbeitet, machen wir auch sofort, weil es ja echt gravierend ist. Aber andere Dinge, Leute, brauchen wir wirklich einen Termin, weil ich kann es nicht händeln. Weil sonst würden alle Fahrzeuge, die da hinter mir gerade in der Werkstatt stehen, ja noch länger brauchen. Weil der Kunde wartet auch auf sein Auto. Der hat Termin, der will das Auto holen. Das muss fertig werden. Ich kann da nicht einfach zwei Leute abziehen und dann zwei Stunden, drei Stunden Fehlersuche machen, um mich um eine entleernde Starterbatterie kümmern. Das geht einfach nicht und ich finde es schade, dass ich mich da oder wir uns als Mika Caravan rechtfertigen müssen und ich finde es schade, dass da so wenig Verständnis da ist und dann solche Kommentare, wie in dem letzten Video teilweise immer wieder auftauchen, die ich auch beantworte und absichtlich auch freigebe, weil ich möchte schon, dass das auch alle sehen und auch darauf reagieren. Nur verstehen kann ich es nicht wirklich. Genauso wenig kann ich verstehen, dass hier immer wieder Kunden auftauchen, die ein echtes Problem haben. Kürzlich auch wieder ganz liebe Kundschaft mit einem Fahrzeug. Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich zeige euch dazu mal Bilder. Solarplatten und Dachdurchführungen oben aufs Dach durchgeschraubt. Genauso wie Wechselrichter eingebaut ohne FI-Schutz, Zuleitung für den Wechselrichter ohne Sicherung, Kabel unterm Auto verlegt ohne Wellrohr. Also da sind Dinge dabei, wo ich mich wirklich frage, Leute, liebe Kollegen, ich weiß nicht was oder wer sich da angesprochen fühlen muss, so was geht gar nicht. Wir haben VDE-Normen, wir haben Richtlinien. Also da kann man nicht einfach bauen und machen und tun, wie man will und mag. Das funktioniert nicht. Also da weiß ich nicht. Das ist Betrug am Kunden und das ist unglaublich. Unglaublich. Und da möchte ich euch einfach auch mal ein bisschen mitnehmen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Ja, hier sehen wir jetzt eine montierte Solarplatte. An den Ecken jeweils vier Schrauben ins Wohnmobildach. Und jetzt kommt dann noch die Steigerung. Die Kabeldurchführungen sehen wir hier. Auch vier Schrauben an jeder Ecke, eine Schraube durchs Wohnmobildach und festgeschraubt. Plus geklebt. Hier auch wieder eine Solarplatte plus Dachdurchführung. Einfach unglaublich. Nächster Fall. Wechselrichter verbaut vom Händler. Die Zuleitung ohne Sicherung an den Akku geklemmt. Punkt eins. Punkt zwei. Hier sehen wir einen Fehlerschutzschalter. Prüfer. Kein Fehlerschutz vorhanden. Also somit kein Schutzschalter. Kein FI verbaut. Hier ist auch keiner. Katastrophal. Der nächste. Die nächste Thematik. Hier rote Leitung. Einfach unterm Fahrzeug verlegt. Ohne Wellschutzrohr. Für die Heizung, damit ihr mehr Strom bekommt. Also so kann man es machen. Aber bei einem Neufahrzeug unmöglich. Dann natürlich ein paar Kleinigkeiten. Hier den Solaregler beim Neufahrzeug einfach lieblos eingebaut. Und dann noch hier die Satzschüssel, wo man die ganzen Kabel sieht. Hinten einfach die Blende ausgeschnitten. Also Leute, so kann man nicht arbeiten. Ja, die Woche ist VW Crafter Time. Wir sehen hier einen wunderschönen VW Crafter. Umgebaut in einer Edelschmiede, muss man wirklich sagen. Also mit Fahrwerk und allem drum und dran. Durch die elektrische Anlage da dazu. Katastrophal. Da komme ich dann gleich dazu. Jetzt blenden wir mal um auf die andere Seite. Auch da steht ein Crafter. Der kriegt eine EcoFlow-Einbindung. Der hat ein tolles Fahrzeug, muss man ganz ehrlich sagen. Also Crafter machen wir mittlerweile ziemlich oft. Haben auch schon ziemlich gute Erfahrung damit. So, Fehler 1. Hier ist die Motorhaube. Bei Crafter ist die Aufbaubattrie vorne. Hier hat man eine Lithium-Battrie verbaut. Und zwar steht die hier. Katastrophe, weil was passiert. Ihr seht es. Das Ding hat halme zerrissen. Lithium-Batterie in dem Motorraum, bei der Hitze, bei der Kälte. Überhaupt keine Chance. Funktioniert nicht. Zum Zweiten hat man dann die ganze Geschichte gekoppelt nach hinten. Mit einer speziellen Batterie. Das sehen wir jetzt dann gleich. Und die Verbindung ist auch sehr spannend. Also, hier hat man die hintere Batterie. 280 Amperestunden, glaube ich, hat die. Irgendwas um den Drehraum. Und die hat man, oder 200 Amperestunden, und die hat man mit der 100 Amperestunden gekoppelt. Ganz wilde Installation. Ganz wilde Elektrik. Nichts hat funktioniert. Es ist der Wahnsinn. Tja, ihr habt es gesehen. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt. Also, echt fatal, finde ich, was hier teilweise montiert wird. Was hier teilweise, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir hier tagtäglich erleben. Also, ich habe da gerade ein Crafter drin stehen. Da hauen wir Lithium-Batterien raus. Lithium-Batterien im Motorraum verbaut. Katastrophal. Auch das habt ihr ja, glaube ich, im Video gesehen. Und dann kamen nur etliche andere Dinge dazu. Ladegerät mit 1,5 Quadratkabel. Und, 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 wo 30 Ampere drüber gehen sollen. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann nur immer wieder raten, Augen auf, bei der Werkstattwahl, Augen auf, wohin er geht. Und auch mal so ein bisschen, ich weiß, kontrollieren ist immer schwierig, weil man kennt sich ja selber auch gar nicht so gut aus. Aber, es ist schon traurig, was da draußen alles montiert und was da alles vonstatten geht. Ja, das war jetzt mal ein Video, wo es nicht so schöne Themen behandelt hat. Nur, das sind so Dinge, die haben mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt, weil ich einfach die Welt nicht mehr verstehe. Auch wie Kunden teilweise argumentieren, wo ich ja eingangs schon mal gesagt habe, wo dann dementsprechend solche Kommentare kommen. Ja, natürlich kann man das alles wegignorieren, aber das waren jetzt einfach mal zwei, drei, vier zu viel. Wo ich einfach sage, Leute, so geht es nicht. Wir sind eine Firma. Und mir dann vorzuwerfen, ich wäre so verkaufsorientiert, also da fällt mir dann nichts mehr dazu ein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, da habe ich einfach kein Verständnis mehr dafür, weil ich weiß nicht, warum man da so kurz drüber nachdenkt und auf solche Schlüsse kommt. Also das verstehe ich nicht. Ich sage ganz lieben Dank fürs Schauen dieses Videos. Ich freue mich aufs Nächste. Da sind wir wieder voll in der Technik drin. Ganz spannende Umbauten sind wieder dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Nicht verpassen, auf mal ein paar anderen Kanälen zu gucken. Aktuell startet, glaube ich, heute oder morgen die Messe Caravan Live in Freiburg. Katja ist vor Ort für euch und guckt sich da ein bisschen um. Und da werden auch ganz viele YouTuber tolle Videos wieder drüber machen. Nicht verpassen, unbedingt schauen. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, euer Mann. Bis zum nächsten Mal.